Ja, ich habe hier gerade eine unglaubliche Begegnung. Ich könnte sagen, in the middle of nowhere, irgendwo, auf der Via Neabolitana, und treffe einen Mann, der einen Film gemacht hat, über eine Immigrationsproblematik, und habe gerade diesen Film gekauft, und freue mich, den zu Hause in Köln anzugucken, und fand das gerade eine magische Begegnung. Ja, und ich kann nur jedem raten, solche Begegnungen auch zu haben, weil das verspricht, ein interessanter Film zu werden, und ich freue mich. So.